Dem ein oder anderen von euch sollte aufgefallen sein, dass Eiichiro Uda nach dem Timeskip mit der Strohpiratenbande einen neuen Weg eingeschlagen hat. Und zwar wusste er, dass jeder der Strohüte besondere Fortschritte gemacht hat, die er unbedingt den Fans präsentieren muss. Und deshalb hat er sich dafür entschieden, sie voneinander zu splitten. Deshalb haben wir sehr viele Arcs bekommen, wo die Strohüte nicht beisammen waren. Und Wano Kuni ist jetzt der erste Arc, wo wir sie jetzt alle wieder beisammen haben. Das war jetzt nicht unbedingt schlecht, die Story kam dadurch natürlich besser voran und die ganze Hintergrundstory, die in One Piece nur so immer angeschliffen wird, rund um das verlorene Jahrhundert und so weiter, kam natürlich auch sehr gut voran. Mit zum Beispiel dem Kozuki-Oden-Flashback oder der Reverie. Jetzt auf Wano Kuni muss Oda irgendeine Lösung dafür finden, dass jeder Strohüte genügend Relevanz bekommt bei solch einem großen Krieg. Mit Nico Robin, die jetzt als wichtigste Person auf Wano Kuni identifiziert wurde, aufgrund dessen, dass die Kaiser jemanden brauchen, der die Pornoglyphen entziffert, haben wir schon mal Oda's ersten Schritt mitbekommen. Doch heute will ich mich mal um Frankie kümmern, weil Frankie eigentlich genauso wichtig ist wie Nico Robin. Dieser kennt sich nämlich aus mit den antiken Waffen und war während des Timeskips im Labor von Vegapunk. Wenn ihr solch ein Video auch für die restlichen Strohüten haben wollt, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal für mehr One Piece Content. Oder nutzt gerne das Stilmittel von Flashbacks bei den Strohüten, um uns immer mal wieder zu überraschen. Ergibt zwar keinen Wert drauf, wer die Mutter eines Charakters ist, doch der Vater spielt bisher immer eine wichtige Rolle. Wir haben Beispiele wie Ruffy, Lusop und auch Sanji neuerdings, dessen Väter halt die Story geprägt haben in gewisser Weise. Frankie ist ein Charakter, dessen Eltern nicht bekannt sind. Wir haben erfahren, es waren zwei Piraten, die ihn ausgesetzt haben im Meer und Tom hat ihn dann gerettet. Doch warum sollte man denn ein Kind im Meer aussetzen? Die einfachste Schlussfolgerung ist natürlich, dass man in Gefahr sein muss, um sein Kind ins Meer zu werfen. Auch wenn viele von euch überrascht davon waren, dass Sanji Teil der Winsmoke-Familie ist und ein Prinz des Germa-Königreichs, war das Ganze schon irgendwie abzusehen. Auf Alabaster wurde er Mr. Prince genannt, was schon ein kleines Foreshadowing darauf war, dass Sanji ein Prinz ist. Zudem hatten wir immer schon die Thematik mit dem Diablo-Jumble, was natürlich nicht menschlich ist, also wurde zu diesem Thema nochmal zurückgegriffen und enthüllt, dass Sanji manipulierte Gene besitzt. Apropos Manipulation. Wir wissen, dass Sanji es während des Timeskips mit Ivankov zu tun hatte. Ivankov kann die Hormone des Menschen so weit ändern, dass sogar aus Mann Frau wird. Er hatte es also die ganze Zeit mit Transen zu tun und das Ganze hat ihm natürlich nicht gefallen. Aber das ist auch schon ein kleines Anzeichen darauf gewesen, dass Sanji auch manipulierte Gene hat. Wenn man diese teils kleine Hinweise als Puzzleteile betrachtet, erkennt man ein bestimmtes Schema. Franky war schon von Kind an sehr besonders. Irgendwoher kam die Begabung Waffen zu bauen. Obwohl er mit Tom und Co. zwar eigentlich nur Schiffe baute, hatte er irgendwie das Interesse daran Waffen zu bauen. Wir haben hier in Wano Kuni Waffenfabriken, wir haben aber auch auf der Seite der Weltregierung den bekanntesten Wissenschaftler der One Piece Welt. Und zwar Vegapunk, der auch für die Marine, aber auch für die Weltregierung Waffen baut. Unter anderem auch die Marineschiffe, die dank seiner Seesteintechnologie nicht von Seekönigen verschlungen werden. Auf dem Sabaudi Archipel bekommen wir eines von Vegapunks neuesten Erfindungen zu Gesicht, die dann auch später in Marinefort zum Einsatz kamen. Und zwar die Pazifister, die die Laser von Kizaru abfeuern können. Bis zu dem Zeitpunkt etwas Unvorstellbares, eine Teufelsruchtfähigkeit eingebaut in einen Cyborg. Sowas ähnliches sahen wir damals auch auf Alabaster und zwar Lazo, die Waffe von Mr. Thor. Es war eine Kombination aus Hund, Waffe und Teufelsfrucht. Als Frankie im Labor von Vegapunk war, hat er so einige Sachen gefunden, die sehr hilfreich waren. Dokumente von seinen Forschungen und auch zukünftigen Erfindungen waren dort vorzufinden und die hat er sich durchgelesen und schien damit was anfangen zu können. In den falschen Händen kann das Ganze natürlich leicht außer Kontrolle geraten, aber Frankie ist ja für uns auf der Seite der Guten. Deshalb hat er sich selbst damit nur stärker gemacht als vorher. An die bekannteste Skizze, auf die Frankie gestoßen ist, sollte sich denke ich mal jeder erinnern. Wir sehen auf dieser Skizze eine Rakete, die mit einer Teufelsrucht addiert wird und das Ergebnis ist ein Gorilla mit Raketen im Rücken. Im ersten Augenblick scheint man damit gar nichts anfangen zu können, doch wenn man jetzt an die Waffe von Mr. Thor denkt, dann ergibt das Ganze schon sehr viel mehr Sinn. Wir haben hier eine Waffe, die mit einer Teufelsfrucht addiert wurde und daraus kam natürlich diese Mischung aus Hund und Waffe. Mit dieser Methode hat es Vegapunk geschafft, den Laser von Kizaru in den Pazifista zu integrieren. Die Frage, die man sich jetzt stellt, ist, wie Frankie das denn geschafft hat, wenn er nichts mit Kizaru zu tun hat, wenn er keinen Kizaru hat, um die Essenz zu bekommen, um solch eine Waffe zu kreieren. Nach dem Timeskip sehen wir, dass Frankie den Radical Beam einsetzen kann, einen Laser, der 1 zu 1 dem Laser von Kizaru ähnelt. Das Ganze kann natürlich kein Zufall sein und auch wenn man den Fähigkeiten von Frankie vertraut, er kann nicht ohne die Essenz von Kizaru solch eine Fähigkeit kreieren. Diese Situation haben viele One-Piece-Fans unterschätzt. Selbst ich habe lange Zeit lang diesen Plothole gar nicht wahrgenommen. Vegapunk konnte nur den Laser in die Pazifista einbauen, weil er Kizaru bei sich hatte. Lindbergh hat zum Beispiel eine Waffe, mit der er Leute gefrieren kann und das aus nur einem Grund. Höchstwahrscheinlich ist Kusan bei der Revolutionsarmee. Das ist eine Sache, die wir schon lange erwartet haben und auch kein Geheimnis mehr. Dahinter steckt auf jeden Fall was ganz Großes, denn Oda hat diese Hinweise nicht umsonst zurückgelassen. Bevor aber jetzt die ersten Theorien kommen, dass Frankie ein Verräter sei und mit Vegapunk und der Weltregierung zusammenarbeitet, kommen wir mal zu meiner Erläuterung. Am Anfang habe ich erwähnt gehabt, dass Frankies Eltern Frankie zurückgelassen haben und ich war sicher, dass das einen bestimmten Grund hatte. Und zwar wollten sie ihr Kind vor etwas beschützen. Frankie hat das Talent dazu gehabt, Waffen zu bauen und ich denke, da kommt er auf jeden Fall nach seinem Vater. Vegapunk wurde damals von der Weltregierung gejagt, aufgrund dessen, dass er Fähigkeiten besaß, die ihnen sehr nützlich werden könnten. Da Vegapunk nicht wollte, dass sein Sohn auch hier mit reingezogen wird, warf er ihn mit seiner Frau ins Meer, um ihn vor seinem Schicksal zu bewahren. In diesem Fall wäre Vegapunk der Vater von Frankie. Weiter ausgebaut würde dies bedeuten, dass Vegapunk Bartolomeus Bear gesagt hat, dass er seinen Sohn Frankie auf diese Insel schicken soll, sodass Frankie das Labor entdecken kann und Vegapunk somit Kontakt mit seinem Sohn aufnimmt, ohne dass es Frankie merkt. Nach dem Timeskip sehen wir, dass Frankie zur Fausen Sunny zurückkehrt und Bartolomeus Bear sieht, der das Schiff beschützt hat. An diesem Ort könnte Bartolomeus Bear Frankie etwas überreicht haben, sodass dieser den Radical Beam bekommt. Nicht jeder Hinweis muss auf eine familiäre Bindung hindeuten. Vegapunk ist bei der Weltregierung unfreiwillig. Auf Wano Kuni bekommen wir mit, dass Orochi, der CP0 sagt, dass sie Vegapunk nach Wano Kuni bringen sollen. Das bestätigt nur die Tatsache, dass Vegapunk für sich selbst nicht entscheiden kann, für wen er arbeitet und wohin er geht. Die ganze Aktion mit Frankie könnte also auch nur ein Hilferuf von Vegapunk gewesen sein, sodass ein erster Kontakt zwischen ihm und Frankie entsteht, damit die Strohpiratenbande irgendwann Vegapunk aus der Gefangenschaft rettet. Ganz ehrlich Freunde, für mich wären beide Alternativen einfach nur Gold wert, aber ich bin mir sicher, dass dahinter auf jeden Fall noch etwas steckt, weil sonst würde Uda uns nicht so sehr zittern lassen rund um das Teufelsfrucht-Thema, weil wenn man auf die Skizze schaut, sieht man, dass man eine Teufelsfrucht braucht, um solch einen Laser wie beim Radical Beam bei einem Cyborg einzubauen. Schreibt ihr mal eure Meinung in die Kommentare, Freunde. Glaubt ihr, dass Vegapunk der Vater von Frankie ist? Oder glaubt ihr, das war nur ein Hilferuf von Vegapunk an Frankie und die Strohpiratenbande, weil er unbedingt gerettet werden will? Ansonsten gerne liken und abonnieren. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Kozuki One. Peace.